Moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Trouble in Terrorist Town. Mit dabei Kundran. Hallihallo. Hallihallo. Fisk. Hallo. Tautau. Nils. Das dauert wieder lange. Dalu. Die Map ist saugeil. Und Goro. Moin Leute. Vielleicht Nephias. Hallo. Crabs. Hallo. Hey, hier. Okay. Und Juli. Hi. Hier gibt's Nachrichten, Leute. Ja. Hier kommen wir telefonieren. Nachrichten. Geht's noch jemand anderem so? Was denn? Was denn? Ich hab eine. Wir haben halt alle schon weg. Hatte ich vorhin auch. Was? Hier sind gar keine Insassen. Die kommen mit einem gelben Bus. Die sind gar keine Insassen. Ja? Was sonst? Ey, Gobal. Gib mir mal eine Primärwaffe. Ich brauch eine. Jawohl. Ich brauch eine Waffe. Was gibt's hier für Waffen? Und so hat hier eine Tatwaffe gedroppt. Nefi hat die gute Waffe genommen. Juli. Hab ich schon ausgedrückt also? Nein, jemand hat Nefi gedötet. Das ist, äh, ich glaube, äh, nicht möglich. Das ist gar nicht so schlecht, so ein Gefängnis so zu bauen. Also bei Prison Architekten. Jemand hat Nefi gedötet. Uh, das Tor hat ein D-Ticket. Darf ich die Waffe haben? Ja, sie ist ja auch Traitor gewesen. Verrückt. Nils, willst du die Waffe haben? Das ist eine Shotgun. Nils ist tot. Ne, Dalu ist tot. Alter. Hier. Aua. Meine Galil wieder. Hat das runtergefallen? Nein, Cundran hat mich geschubst. Oh, und hier sind die Zellen. Hä, ist Cundran der andere Crab? Hä? Nein. Boah, wer wollte nämlich dich heute töten? In die Klasse schäbt bin ich der andere Crab. Cundran ist nicht der andere Crab. Wer war ein Crab? Wer war ein Crab? Wer ist denn der andere Crab? Habt ihr Nefi das schon... Nefi das damals schon getötet? Ne. Was? Spur? Warum ich denn eine Blutspur habe? Weil ich angeschossen wurde. Ich weiß noch von wem. Ich glaub du anderes Crab, ne? Ich glaub anderes Bobo Ball. Ey, 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 ey. Das kann nicht sein. Dann wär Nefi das nicht tot. Stimmt. Guck mal. Kann gar nicht sein. Ich hab Kunde dran, es ist. Ich glaub auch. So Lockdown, allen ihr erzählen bitte. Lockdown. Du hast mir gar nichts zu sagen. Echt wahr. Auto. Ach du Scheiße. Nils ist hier da auch sehr... Hey, ich bin hier. Au, hinter mir. Hallo. Ja, ihr wird gemordet. Ach du Harry. Tau Tau, Tau Tau hat mir angeschossen. Ich hab... Ich will besuchen. Ich wollte die Aufmerksamkeit auf dem Wehrtareil. Ist das jetzt oder? Tau Tau? Ja nochmal. Ne, da kann man nicht durch. Ne, aber ich wollte nur mein... Hier, wir sind raus. Mein, mein Freund besuchen. Den ehemann. Äh. Wow. Hier ist gerade einer gestorben. Hier ist irgendwas von oben runter gefallen und dann... Warte, es ist... Es ist Bots da. Wot the fuck. Da kam irgendwas von oben runter. Ja. Ja. Ja, es gibt... Kind vom Wachtturm sein. Oh. Fisk. Lüge. Ich glaube Fisk ist es. Nein. Tau Tau? Ja. Was willst du hier bei mir? Äh, ich dachte ich komm hier irgendwo auf dem Wachtturm hoch. Nein, fand ich hier auch. Ey Leute, habt ihr Fisk schon getötet, oder? Ah, wir sind wirklich nicht mehr so viele und einer davon ist Fisk. Ey, komm. Sagen wir, ist er tot. Jetzt ist er tot. Ach du Heiliger. Wie Grant sagen würde, du heiliger Code-Nasher. Da ist glaube ich noch jemand. Oh ne, das war wahrscheinlich nur ein Fachsonne. Das war ein Donnlichter. Habe ich mehr. Ding 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 Ding. Wo kommt man hier nicht durch? Uff. Nur bist du zu besuch, Grants. Äh, es ist... T... Tau Tau Tau. Geh weg! Ja, ja. Ich schieß gleich. Geh weg. Ich geh ja schon. Wunderbar. ich habe sehr cool aufgebaut also ich habe die nicht aktiviert aber da ist tatsächlich aktiviert auf die männer toilette abgehört da gibt es gute knarren ich habe eine gefunden und gab es gut in der hand abgestochen etwas noch 100 ja auch mich danke 80 hier wird irgendjemand angegriffen was bin ich und hier ist julie auf der toilette ist nicht von mir gehört hat mir jetzt nicht okay irgendjemand anders hat auf das fass hier geschossen hier spotter und hat damit fest getötet gehabt und ich habe leider fälschlicherweise nach nils gemacht wie du hast nils auch getötet ja ich habe nichts getötet das ist richtig das machte lustige gewollt ja weil ich dachte er hätte festgemacht nun fass wer macht denn hier überhaupt wenn überhaupt bringen sich leute hier hoch zeig mal wo man hier hochkommt wo hochkommt ja auf das dach das tor geht nicht auf also müsste das tor aufgeben bei mir ging es auch nicht dann gehe ich hier lang es ist eine nicht sogar nicht willst du mich jetzt auf die straße ich bin alles gut ich bin alles da wie du schießt jetzt drauf her nein ich bin doch gerade im tunnel hat mich verschont dich habe ich gesnackt warum hat er dich verschont können wir uns jetzt aber denken komm julie hast du mit der lame abp kommt so um die ecke ja und du hast ja eh mal das fade rauze du bist tot rauze 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 auf koten aschen Irgendjemand hat mich hier eingeschlossen. Ich glaube Nils ist ein bisschen Traitor. Oh Gott, was ist denn da drin, oh Gott, ist das noch mehr? Oh ey der Ferse! Hör auf mich erschießen zu wollen, DT mach was. Ey Fisk ist es. Komm Nefi, ich bin es nicht. Das ist Nils. Nils? Da, da kommt ein Prop. WTF? WTF? Nein! Ich hätte selber wieder auch getroffen. Entschuldigen Sie, machen Sie das hier auf wieder. Ja, 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 ja. Geht doch. Okay. Unglaublich. Überlegen Sie bitte selbst. Unglaublich. Hier sind wir jetzt. Komm so rein, komm so rein. Oh, da fährt was rein rechts jetzt. Hä? Fisk ist hier. Ich bin hier. Und jetzt? Keine Ahnung, du bist reingefallen gerade. Oh, es bewegt dich mit E einfach. Einfach mit E. Ne. Doch, du musst, aber das hat cool dann glaube ich, oder? Mach mal E. Drück mal E. Jetzt? Ja! Geil. Und jetzt bist du da drin. Guck, ich habe es zurück geschoben. Warte, 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 warte. Du kannst, komm. Er kommt raus, er kommt raus, das ist gut. Ich komm raus. Nein! Komm rein! Ne, ja, pass auf. Jetzt ist zu. Hallo! Geht das hier so? Ah! Ich weine! Es ist Godobai, es ist Godobai! Godobai ist tot! Sehr gut, das ist Traumsex für dich. Deswegen, ich habe Angst. Die Tür ist offen. Ich habe Sachen gemacht. Sind die Türen offen? Du musst hier mal probieren mit ihm. Ja, ja, ich meine. Das ist auch gut. Wer ist denn dann der letzte Fiss? Hallo, er läuft hier noch rum. Dann mach ihn! Lass die Gewerner! Kann ich von Stärkung nehmen? Wie wilde traue ich ihm? Hehehehe! 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 Komm nachher! Hehehehe! Der Grunde dran ist… Hehehehe! 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 Komm schon! Hehehehe! Die Axt sind zu kurz. Preps wartest du auf die Computerauswertung. Ja! Alle! Tage lang! mich denn dahin hier bin ich in meinem controller was das ist es kommt zu dir kommt zu kann er nicht er ist ausgelaufen was war das alter was hat mich denn da gekillt das war mega lustig ich denk das guckst du links um die Ecke ich denk so nein da saß er in dem wäschekorb hat kurz gekratzt ich habe gehofft julie killed nils am anfang weil ich hatte nils wieder auf der liste wir waren beide indos voll doof ja wie heißt die die heißt nicht die heißt irgendwie golden die heißt golden flicks ganz groß auf dem schild ich habe es im video ok dann machen wir einen screenshot damit wir es wissen mhm hey 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 tautoises da wollte ich den krektiven jemand hat das geschossen lass uns tauto tüten jetzt was macht craps her das ist aber lange gebraucht das habe ich mal gesehen was tun sie da das mache ich hier aus wissenschaftlichen gründen so wie das auch nur vorsicht nicht aufs dach gehen julie das verboten das geht gar nicht dazu wer war denn dann in der nähe und dazu gemacht ich bin da mal weg wer hat da hinten getötet ob man da drauf springen das würde ich auch gerne wissen ok wirklich aber ne das geht so schief mach dich warm nils hat dich warm nils ist verendet es ist tauto scheiß die nirgendwo wir sind drauf ich bin nicht ich bin auch dumm warum hat sie war noch so jung erlebst du noch guru lalo war innocent die war die hoffnung der akademie tauto ja jedes auto schiebt weiterhin die freiheit ja willkommen zurück danke was hast du gesagt war die hoffnung wenn du hier durch gehst ja das vorzoll ich war es nicht oh dafür habe ich mich wiederbelebt ja sehr nett dank jetzt kann ich wieder verbrechen aufklären es ist so ruhig das ist sehr ruhig ja oh ich werde angeschossen wo bist du naja draußen ist ein mörder da hinten dann ist es tauto was haupteingang rauskommt komm wir schüchtern ihn ein über dir tautau wo auf dem turm ok ja oh wer war das jetzt was zur hölle war es tautau tautau du böse was warum ey du hast ihn erschossen ja ja sehr gut sehr sehr gut was das habe ich aber nicht verdient ey ja jetzt komme ich nicht mehr raus doch oh ich komme raus ich treffe nicht craps lebt noch ja alter das gibt's doch nicht das hat zeigt was ihr könnt was was wo war dein fisk er hat auch grad auf judy gezielt achso ja ich dachte er hat knapp verfehlt ist auch was daneben er hat es geschafft auszubrechen ja ja ich bin raus aus tt alle gucken mal auf die straße nach dem auto erst mal so ja hallo wichtig man kann nicht durchs tor laufen wenn die tür aufgeht das ist total jetzt haben wir uns ein neues tt gegründet tt tt ja na toll doppel d mit dabei nur die elite von youtube das wird ein lustiger start ja wird auf jeden fall ein lustiger start stell es hin ist schon einer gestorben jetzt was für ein neues handy weg da hier ich bin ein feuerstarter nils komm mal hier auf das körper du warst doch grad mit mir hier oben ne ich glaub nicht ok leute wenn ich jetzt steppe ist es hier drauf es ist go road go road go road ne du kannst dann nein nein du musst vom gar hier drauf springen auf den zaun weil hier hinter ist ein gereingang da hab ich gesehen als ich gucke go road go road so einfach funktioniert das ja auch nicht weil da drunter ist nämlich ein ist ein gang ich habe ihn erst in der küche wo ist denn das schon wieder links rechts go road go road ist in der küche hat er schon wieder gemordet mensch ach wie traurig er hier sitzt da war es denn auf die runde davor auch schon selbe ecke und du hast dna genommen oder ir ne nicht dna du hast irgendwas gemessert oder whatever oder credits raus geholt nein und ich weiß dass du mich gleich töten wirst du mich auf der licht sagen mei ich auch auf der licht auf der licht oh sorry ok er ist es ha 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 was geht wer ist es denn jetzt hä ja er küchenmörder er hat auf mich zuerst geschossen warum liegt ja eigentlich ne leiche küchenmörder warum hat ja einer den detective getötet einfach so einfach so einfach so nicht mehr dna oh ah und ich kann nicht sehen wer scheiße ernst oh ne fisk auf jeden Fall ist es in diesem Kontrollraum ist irgendwie ein Traitor nefi 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 ist es nefi ist es nefi ist es tritt ja ah jetzt noch nils ah ne da noch auch noch oh alter komm ich hier raus gar nicht bis ich die Tür aufmache weißt nefi nefi fack lu ist aber auch noch jak ho du nefi nefi aber auch noch noch Nimm's ja eh nicht auf, sieht doch keiner. Nein, ich meine einfach solche Runden, dass dann jetzt keiner mehr redet oder so, sodass das an mir hängen bleiben. Ja, okay. Danke. Ah, wie ist das ja? Jaaaa! Piep! Ohhhh! Der ist... Rans, warum blockst du denn da rein, wenn ich die anschieß? Ja, weil ich hier wollte sterben. Rans, ich hab nur auf dich geschossen, weil Nephi gesagt hat, also nur noch Dalu. Da dachte ich, okay, alle sind wohl Traitor. Deswegen hab ich dich einfach abgeballert. Und ich bin explodiert. Oh, Nephi war schuld. Otto kommt. Dieser Nephi. Ich war genau in derselben Ecke wie eben auch schon. Wo geht's eigentlich hin, Dalu? Das ist ein Loop-Eck also. In den Raum, wo man... Das ist meine Ecke. Das ist ein Loop-Eck. Die Schalter da drückt, wo Nephi war, wenn du warst. Ja. Da gibst du ALT M16 ohne Ende in dem Raum auch. Das ist ja super. Oh, hier war ich noch gar nicht. Ja, besser als nix. Fette Waffe im Finanzenraum. Wer ist Fett? Finanzenraum? Er ist Fett genannt. Wieso bist du schon wieder defective? Weil ich cheater, ist doch klar. Lass Kunden dran. Darf ich jemanden hier mit abnehmen? Ey, das ist doch... Du hast ja nix. Du schießt dir dann in die Füße. Nein, nicht die. In seiner freien Ecke. Ja, ja. Könnt ihr mal die Türen aufmachen? Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Joho. Hey, warum ist die Tür wieder auf? Weil ich den Stromkasten kaputt gemacht habe. Ach, das geht? Ja, das geht. Deswegen stehen die da. Aufpassen, Kinder. Aufpassen. Weißt du, er ist aus Prison Architect oder was? Architekt? Zum Beispiel, ja. Lass uns doch mal rausziehen. Potsdam versus Nils. Er wird gewinnen. Dachlo ist es. Oh! Ja, es ist volle. Wie, was passiert dann? Strom. Wenn man es berührt rhymes und wenn man einfach durchtet. Nee, wenn der A drückt, dann. Daodau. Gorenkonten. appealing Gorenkonten, weil er sich- Dauodau. Alter der Schreit. Oh nein, verfetschen. Dit was denn jetzt. Das war Gorenkonten. Wawf, nahf eins ey, da schreier ich gerade. Ach, auf einmal warst tu es doch. Nein, war ich nicht. Hallo, Bart. Ich war das. Du wust Tray deal. Kamehameha. Warte. Leute. übrigens weißt du warum bist du hier oben du darfst hier nicht sein da hinten ist tauter tauter geht in den aufenthaltsraum mit nevi mit nevi bringen wir das messer auf das messer ist doch welches messer da liegt doch im eingang messer und jetzt wird's euch machen jetzt stich wenn er mich abstichen ist es aber nicht wir gewinnen hier raus und hier ist gerade jemand unidentifiziert gutes deutsch auf jeden fall ist es dann ist es vielleicht nicht vielleicht nevi oder es ist vielleicht nicht es ist vielleicht nevi ok dann knall ich ihn ab nein ich hab keine emotionen mehr oh gott danke julie für mein karma was ist doch vielleicht nevi nein ist er nicht weil er tot ist außerdem steht da unten dass es krebs ist nein das ist nevi glaubt rance bloß nicht nevi ist tot julie du hast mich doch hier oben abgestellt zum dienst aber bist du da tauter liebst du okay wo ist er julie in seinem raum verscharrt los krebs ja ich habe ich habe zu viel scheiße dabei was habe ich denn wieso habe ich das überhaupt ich habe inno blut an meinen händen warum danke herr detective trader alles klar weiter geht's diesen punkte drin übrigens falls du noch welche möchtest das gut ich kundrat lebt aber ich habe schon mal innocent report geholt wird geschlossen die melone jetzt wieder übrigens und scheiß will ich nicht da kommt da was ich doch nicht erst da oben ja ich weiß wo es moment muss gucken dass ich hier irgendwie was tolles machen sowas hört sich gut an go go krebs mobil das ist nicht so sicher man kann aber das hat sich wo doch angemeldet inno cent report rufen man musste nur hier irgendwo hin bringen glaube ich noch ha ha ich habe die schaut gerne was steht denn da krebs ist auf jeden fall innocent ja auf jeden fall da steht drauf gefangene wer ist der unschuldig muss kommen jeden auf jeden schnell dadurch irgendwas backt hier rum ich hatte eine youtube anfang und bin detektiv geworden das ist echt fragwürdig ja die huge ist echt ein bug illuminati konfirmt ey hier schießt doch einer auf mich wieder nils wieso warte wurde eingeschlossen warum er halte ich nicht noch nicht hier hätte ich geil ich bin dagegen gelobt auf hier darfst du mich jetzt hier eine schild neue mutter weil das in ja in der stanz dick ist wenn du da warum jetzt halte ich mich bitte detektiv befehl nein das kommt raus julie ist es nein ich schreibe hier gerade was über dich auf nein ich bleib nur lieber als inno beim det da bin ich sicher da war doch das warte hier ist noch ein report erschienen oder was was der war vorher nicht da ja hier so cola boxen hier komm die knacken komm die knacken was steht da analyse test for a traitor ey guck mal da ist das eis drauf komm komm geh weg hier weg hier es ist fisk er ist hinten im rattenes wo eben fisk ist gleich tot leute jetzt was macht kundran da so bisk is down for the cow sniper mäßig ich hab keinen sniper aber du warst grad oben suspicious er hat nichts gedroppt das ist schlecht ja guckt ob da irgendeine bessere waffe liegt als das was ich habe hotstar von defi ne hotstar aber nils hat die nils hat auch die dinger geklaut jetzt leider ach goro hast du mich erschreckt grün ins klo rein da wo er hingehört guck ihn dir an wir jeder kotzt botstar wir sind hier nicht safe alter das ist warum geht vor allem kundran immer bei uns weil er ein alkoholproblem hat lass das bot sowinil ist dann auch ein alkoholproblem warum tötest du mich nicht endlich warum weil ich eh noch bin wann verstehst du endlich das ist echt merkwürdig was julie hier macht hier ist der perfekte goro frei zum abschluss es fällt nie blutfleck goro hat nie ins getöntet los ich hab's gesehen ich war nämlich noch da du boro nein guck mal hier ist blut so nefi ist selten go iiii nein hier drin ist durchfall das ist quatsch ich war nicht mit deiner dir ich finde das ist wirklich quatsch was da erzählt ja ist ne er ist gar nicht hier vielleicht nefi go for him go for him ich finde viel merkwürdiger was muss das kundrande machen einfach eskalieren nein es tut mir leid ich wollte nein ich wollte nefi töten und da war botzt am weg hast du jetzt echt wirklich außer sie guck ich tue den identifizieren du bist aber ja scheiße ne du machst sie fertig das ist goro übrigens also nein das ist nefi gewesen ja es war nefi und das ist goro warum bin ich es denn du bist immer noch klar ja in der küche findet man ihn immer bis zum nächsten tschau tschau